Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, Wortvorschläge während der Eingabe Windows-weit, jetzt auch in Windows 10. Vorschläge für das Geschriebene, das kennen wir schon lange. Viele Windows-Anwendungen haben das, aber eben halt immer nur die einzelnen Anwendungen. Firefox, Chrome, LibreOffice, wahrscheinlich Word, Excel und so weiter und so fort. Und bei Android und iOS, da gibt es das auch, da ist das Feature direkt in die Tastatur eingebaut und damit hat es jede Anwendung unter Android und iOS. Hier hat Microsoft jetzt nachgezogen und die Funktion für alle Anwendungen in Windows eingebaut, derzeit standardmäßig aber noch deaktiviert, aber das macht ja nichts, wir können es ja aktivieren. So, jetzt hier ganz kurz gezeigt im Firefox, wobei das eher eigentlich als Autokompletierung angesehen wird. Hier allerdings jetzt mal im WordPad, da habe ich noch nichts mit Hallo Welt. Da wird mir nichts vorgeschlagen. Wenn ich das Feature aktivieren möchte, dann einfach hier auf mein Info-Center und alle Einstellungen geklickt. Danach auf Geräte geklickt, da haben wir nämlich hier die Eingabe. Auf der Eingabe scrollen wir nach unten, dann sehen wir nämlich hier die Hardware-Tastatur und hier haben wir Wortvorschläge bei der Eingabe anzeigen. Wie gesagt, standardmäßig halt ausgeschaltet, schalten wir auf ein. Rechtschreibfehler, die kann man auch noch einschalten, also die Korrektur. So, wenn dann allerdings aktiviert, funktioniert das Ganze sofort. Hallo, Herr Professor Doktor Müller, genau, hat mir die Rechnung, okay. Naja, egal, auf jeden Fall, es funktioniert, okay.